You're booked on the wrong side. Also die Idee wäre gesehen, dass das Publikum da ist und nicht da. Halbidiot-Pre-Tour heute in der wunderschönen Hauptstadt Bern. 23. November im François. Bis dann, bis dann. Bern, Süddeuer! Das Wasserspiel auf dem Bundesplatz Bern. Es war immer schon mein Traum, dort mal aufzutreten. Und heute ist es endlich soweit. Ich werde jetzt dann gerade hier ein Stand-up-Auftritt machen. Und die Touristengruppe ist schon gebucht worden. Menschen sitzen schon gespannt und warten darauf. Genauso wie Kinder, die sich voller Vorfeiter auszutragen haben. Und bald ist es soweit. Gerade nach dem Wasserspiel ist der mein Auftritt. Ich bin quasi das Wasser-Nachspiel. Hallo Fans! Dankeschön vielmals. Jawohl, ich bin es tatsächlich. Ich finde es schön, darf ich endlich mal auf dem Bundesplatz spielen. Schön, dass ihr so viel gekommen seid. Toll, dass ich endlich mal hier sein darf. Es gibt ja immer so Begriffe, die man gerne verwendet. Zum Beispiel habe ich mal mit einer Dame abgemacht. Sie hat gesagt, ich habe Besuch von Tante Rosi. Und wo wir dann bei mir daheim sind und dann so langsam am Schmusen sind. Merkeling, was sie damit gemeint hat. Nämlich, dass sie ihre Tage hat. Ach, sag jetzt so etwas. Besuch von Tante Rosi, wenn du deine Tage hast. Wenn du da falle hast, dann besuch von Onkel Bruno oder was? Können wir uns darauf einigen, dass der Lubega eine lebende Legende ist? Also quasi eine Lugende. Okay. Wir verfolgen, Biber. Ich muss gleich mit Bafen wechseln. Ich finde mein Bafen so geil. Also die Waspe.